Hier ist euer Kiru Antwort 1. Heute melde ich mich in einem Rundgang durch das Volkfest von Allershausen 2023. Es geht am 27.7. bis zum 30.7.2023. Nun viel Spaß! Das Kinderkarussell, neuer für die kleinen Gäste und daneben der Tropical Trip. Es ist nicht das Größte, aber trotzdem einen Rundgang wert. Hier mittig ist der Autoscooter. Power Start. Daneben Schwietzischdarr. Der Autoscooter. Der Autoscooter. Darf ich noch mal. Der Autoscooter. Der Autoscooter. Und der Skistand. Dann Richtung Festzelt. Hier gibt es Eis. Eines der Festzelte. Das Hauptfestzelt. Hier überliegend der Losstand von der Feuerwehr Allershausen. Und Wied Riems. Ein Süßigkeitenstand. Der Bruch der Not hat aufgrund des Wetters und der Uhrzeit bereits zugemacht, aber der wäre auch für die kleinen Gäste gekommen. Die Festzelt geht jetzt voll die Party ab. Der Boxing darf irgendwo fehlen. Hier nochmal der Autoscooter mit Beleuchtung diesmal auf der Seite. Und dann muss ich leider schon sagen, dass war der Rundgang durch das Volk von Aller-Tausen. Hier nochmal der Dropplecher Drift. Weitere Rundgänge findet ihr links. Einmal die Fledgesdorf stöbern. Rechts findet ihr einen Kanal hier. Und ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Euer Aquino. Hier nochmal der Kettenkarussell. Und nochmal bevor ich sage, euer Geführer 1 an der Video beende. Ein kleiner Schwenker. Der Schließe ist da. Läuft nun. Fährt nun. Bis zum nächsten Mal. Euer Aquino 881. 881.